Steine jeder Form und Größe braucht man für ein anständiges Nest. Und geeignetes Baumaterial ist Mangelware. Da kommt manch einer auf krumme Gedanken. Gelegenheit macht Diebe. Kaum ist der Nachbar weg, schwupps wandert ein Steinchen eine Hausnummer weiter. Diese Art der Beschaffungskriminalität ist in Adelie-Kolonien nicht selten. Dass seine Steine alle aus sauberen Quellen stammen, darf getrost bezweifelt werden. Der Gauner riskiert eine kräftige Abreibung, wenn seine Machenschaften aufliegen. Allmählich schwant im Bestohlenen, weshalb sein Nest nicht wachsen will. Untertitelung des ZDF für funk, 2017